Was da ist, ist genau das, was man eigentlich für den Urlaub braucht. Ein Wohnbereich, wo man schön sitzen kann, kleiner Küchenbereich, wo man sich Kaffee machen kann oder selbst verpflegen. Dann die Treppe hoch, was ich sehr schön finde und dann oben eben den Schlafbereich und beide Zimmer. Ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein. Wir haben Musik uns angehört abends. Wir hatten ein Papageien-Show uns angeschaut, die sehr, sehr lustig war, sehr schön und immer viel Spaß gab, weil die Kellner ja immer viel Spaß mit uns auch gemacht haben. Und dann haben wir Cocktails getrunken. Das braucht man ja nicht. Man hat ja eine Selbstbedienung. Man wählt sich das selbst aus und wird abgeräumt. Also besser kann es brauchlich sein und ist ausreichend. Ich brauche mich nicht mit meinem schlechten Englisch-Bemühen. Ich komme hier in jeder Situation gut zurecht. Ich brauche mich nicht mit dem Urlaub, ab in den Sonnenschein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017